Ihre Tür ist zugefallen und der Schlüssel ist in der Wohnung? Keine Panik! Sicherheitstechnik Wersten ist Ihr zuverlässiger Schlüsseldienst in Düsseldorf. Unser Team ist schnell zur Stelle und kümmert sich um eine schadenfreie Türöffnung. Zusätzlich bieten wir Ihnen eine fachgerechte Montage von Schlössern und Schließanlagen und beraten Sie kompetent in allen Sicherheitsfragen. Rufen Sie uns ganz einfach an und lernen Sie unseren Service kennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017